Ja, hallo und herzlich willkommen, ach du scheiße ist das laut, zu Honkai Star Rail. Ich muss mal die Gesamtlautstärke hier ein bisschen runter, beziehungsweise vielleicht sogar einfach nur die Lautstärke der Musik. Okay, also Honkai Star Rail. Ein bisschen länger hatte ich das auch schon auf dem Schirm und jetzt versuchen wir das Ganze. So, jetzt muss ich mal gucken, Bildfrequenz, V-Sync kommt aus. Trotzdem kann ich nicht über 60 FPS scheinbar, das ist schon mal sehr schade. Aber it is how it is. So. Spiel starten. Ach du scheiße, okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn das ganze Ding hier fertig ist. Spiel starten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. 23.44.59 System Time. The pulses from the explosion cause a massive breakdown from the Master Control System. You did that. No. The Anti-Matter Legion did it. They completely invaded the Space Station 2 System hours ago. Alright. So do we need to fight the Legion? I don't know. Elio didn't say anything about it, so it doesn't matter. Got it. So from now on, I'll be in charge of this operation. Copy. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. Sorry. I'm afraid there is not much I can do for you. Our task this time is just to place the target properly. But if you want to go look for some fun yourself, I won't stop you. I mean after all. Okay. Let's go. After all, Elio didn't put it in the script. Why would it matter? Holy shit. That's pretty cool. That breathing sensation. Remember it. Oh. toothless of a bug who was going on. Oh, nuauăuău. Oh, nuaieuău. Esa eeuăuău. Oh, nuaieuău. Ich kann nur so viel tragen. Du willst wirklich die ganze Legion kommen hier? Das Lot wird nicht so schnell die Astro-Express-Kruhe. Relax, ein Doomsday Beast ist auch hier. Ich kann nur sie alle töten. Alle Figuren verfügen über einen mächtigen Ultimate, den sie einsetzen können, wenn ihre Energie voll ist. Kämpfe gegen Gegner, um Energie wiederherzustellen. Die Zeit ist ein Schuss. Jetzt sind sie ein Schuss. Die Zeit ist ein Schuss. Oh, oh. Cleaning up other people's mess is even my job description. You know, Koska? Yeah, yeah. Where did you send it, Silverwolf? Some random coordinates. Not important. You care about where that Void Ranger ended up? Of course not. I'm just amazed at this fancy technique of yours, as usual. Just a little trick of tampering with the data of reality. I wouldn't call it fancy. What were you looking at so intently just now? Let me see. Herta's Toys. A catalog featuring the space station's collection of rare items. They've got a lot of interesting gadgets. Like what? There's this gun. It can rate any creature within its crosshair as a score from 0 to 100. It doesn't sound very interesting. Aren't you curious about how much you would score? I kind of want to know mine. Fine. I guess we can swing by and play with it if it's not too far. What's our destination? Go down the corridor behind the door on the left. There's a room where some kind of rare item is stored. Okay. So that's where the Stellarone is. That's where we can find out where the Stellarone is. Have you seen the team before over again? Silverwolf. Okay. We can switch between the figures. On the display, eh, on the display, there's an earthquake on. The central area of the space station is at the head. There will be lots of Legion Void Rangers there. That breathing sensation. Remember it. Figuren und Gegner handeln in Reihenfolge von oben nach unten. Entsprechend der Aktionsreihenfolge. Ultimate's unterliegen nicht der Aktionsreihenfolge und können in jeder Runde eingesetzt werden. HIT! Ha ha ha. Can you let me have... Stand still. Stand still. Okay, das sieht ziemlich sick aus. Siehe alle freigestandene Tutorials an. Okay. Waren das alle Tutorials? Scheinbar schon. Okay, ne, es gibt noch viel mehr. Ziel an, wie sich an Aktionsreihenfolge, Geschwindigkeit, Ultimate. Okay, das... Ja gut, aber das waren jetzt eigentlich so ziemlich alle. Hold it. Someone or something is up ahead. Looks like we're the ones getting ambushed. Fertigkeitspunkte sind Kampfressourcen, die sich das ganze Team teilt. Also Fertigkeitspunkte wurden verbraucht. Fertigkeiten können nicht eingesetzt werden, wenn nicht genug Fertigkeitspunkte gibt. Okay. Bei den besonderen Fertigkeiten können wir also... Sind also... Im ganzen Team. Und nicht pro Person. Das ist die Sensation. Du hast den Weg genommen. Relax. Du hast den Weg genommen. Du hast den Weg genommen. Stand still. Not a single soul here. Not a single soul here. Impressive evacuation work. Did Hurta organize it herself? According to the access history, she hasn't logged in here for over six months. The evacuation was directed by the acting lead researcher, a girl named Asta. It doesn't ring a bell. Oh, right. Elio said we wouldn't run into Hurta. It seems she really isn't here. Where's the Stellaron? Elio's script doesn't include any info about the location of the Stellaron, which means in the future he foresees... We would find the Stellaron in a non-physical way. This space station is packed with extraordinary objects. I wouldn't be surprised if there's one that can make it happen. Hiding something extraordinary with something extraordinary. This is pretty Hurta. I assume you know what to do. I mean, you've read the catalog for quite a while. I've got all the clues we need. The only piece missing is a simple trick. Help me investigate the terminal in this room. Our item might be inside. Okay. The stage is yours. I can see the whole space station on the surveillance screen. But not the Stellaron. Even if you could, it'd be a trap. Hurta doesn't display her collections. I can't see the memory storage for this terminal. This is the monitoring room. They must have deleted the records and made a run for it. Classic. Make your way over here, then. There's no point in trying to search like this. So, got a master plan? I'm all ears. It's a matter of hacking the surveillance system directly. Uh-huh. I see. Hurta's collections aren't in the system. So, anything unaffected should be our target. Simple, crude, but effective. Look. Found it. Item number 211, line spot. A simple light-deflecting field. It allows an object in its field to pass unnoticed. But if a different item ceases to be obvious, the object gets revealed. So, Hurta hides her collection with something as simple as this? The simplest method is the hardest to spot. Isn't that our motto? Strange thing number 2. The data suggests it's just an ordinary hologram, but it has an added layer. Let's take a look. Don't worry, this place won't be our grave. Das hoffe ich doch mal sehr. Interessant. Sie ist ein Mitglied der Genius-Society, okay. The Stellar... Huh. Sie hat sein eigenes Sicherheitssystem. Ich glaube, sogar für Hurta, Stellarron ist keine ordentliche Rarität. Kannst du es bekommen? Natürlich. Auch die Genius-Hurta kann nicht mit mir spielen, wenn es zu hacken geht. Gut. Dann werde ich auch mit der Präparation des Receptacles betreffen. Der Receptacle ist bereit. Deine Entscheidung. Ah, okay, ich checke, ich checke. Dann ist Kafka... Ich dachte erst, wir spielen Kafka. Aber scheinbar tatsächlich nicht. Ja, ähm... In Wundering Rave spielen wir schon die Frau, das heißt, wir spielen hier den Mann. Das Behältnis kann nach Verifizierung nicht geändert werden. Fingerabdruck noch, natürlich. Hier geht's. Hier geht's. How much does he remember? Hm, I'll remember you. Time to get up. Oh. Kafka? Great. So you remember me? Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here, or what you're going to do next. You think I look familiar, but you're not sure if you should trust me. None of that matters. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving, and you will be left all alone on this space station. Listen, from now on, you needn't think about your past or doubt yourself. Listen, in the near future, you will encounter all kinds of perils and hardships, but you will also have many wonderful experiences. You'll meet companions who will treat you like family and embark on surreal adventures with them. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. This is your future that Elio has foreseen. Do you like it? Klingt okay. Klingt okay. Klingt okay. Hey, remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you're guaranteed to see the ending of your story. That's the you I like. How long do you think you need? According to the script, the Astral Express crew is arriving soon. We should avoid being seen by them. Um, I know, Silverwolf. Just give me another minute. I must leave now. Don't worry. Someone will come and find you very soon. Just go with them. You won't remember a thing except me. Leave, boy. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. Okay, what the fuck auch immer hier abgeht. Wir machen es einfach mal. Haben wir eh keine Wahl. Weren't there a coordinate center from the space station? Who cares? They're here in the life. Do they look like a mannequin to you? We can't beat and pulse. March. You better CPR. Huh? I, I, I've never done it before. Don Hung, you do it. Wait, stop it. They're awake. Pfft. Oh, ho, ho. Was wolltest du grad machen? Are you all right? Can you hear me? Do you remember your name? Oh, this isn't good. Can you try harder? I'm sure you can at least remember your name. To Fortix. Nice to meet you. My name is Don Hung. And this is March 7th. Hä? Wie 7. März? This space station was just attacked by the antimatter region. We came to help with the rescue, at the request of lead researcher Asta. Gulen zoned by the destruction. You're lucky the most dangerous Lord Ravager among them isn't around. Just some nasty minions. We'll take those invaders out soon. Don't worry. Wohin soll ich gehen? Back to the master control zone. Asta and the other researchers have gathered there. Plus, that's where we parked the Astro-Line. Plus, that's where we parked the Astro-Line. We parked the Astro-Line. We parked the Astro-Line. Don't you worry. We'll protect you from the monsters and clear up this mess. You and March go back together. Dann los. Our land from the security department lost contact in the vicinity. I need to find him first. Oh, all right. You stay safe. Maybe you should take this. The Legion are rampaging through the space station like a pack of wolves. This trip won't be a walk in the park. It's better if you have something to protect yourself. Just a suggestion, though. You're safe as long as you stick with me. Okay. Figuren! Sieh die Tats da an freigeschalteten Figuren. Okay, das ist wie in jedem anderen dieser Art von Games auch. Wir haben eine Stufe und so weiter. Und können hier auch hochstufen. Allerdings habe ich jetzt natürlich noch nichts zum hochstufen. Ganz am Anfang. Sternenanker. Ah, okay. Hier kann man HP wiederherstellen. This place is full of fancy little gadgets. Hurtas Collection. I really don't get why she go out of her way to collect them and then leave them here to gather dust. Ich hoffe, wir treffen Kafka irgendwann nochmal wieder und können sie auch so mit in die Gruppe aufnehmen. Das wäre ganz cool. Das Typ-Symbol zeigt die Schwäche des Gegners an. Die weiße Leiste unter der Schwäche zeigt den Widerstand des Gegners an. Führe Angriffe des selben Typs wie der Schwächungstyp des Gegners aus, um seinen Widerstand zu reduzieren. Dieser Angriff kann den Widerstand von diesem Gegner auf neu reduzieren. Führe Eisangriffe aus, um Schwächebrochen zuzufügen, um beim Gegner Gefroren zu verursachen. Okay, sie kann so ein Schild machen. Was ist das? Okay, ja gut, Schwächen haben wir gerade geklappt bekommen. Eine Zugangsberechtigung zur Raumstation. So we'll take that elevator on the central platform to go down to the master control zone. Ich kann mich nicht erinnern. Nächster Gegner, let's go. Du kannst dir die Schwäche des Gegners ansehen, wenn du dich ihm näherst. Wenn du mit einem Angriff in den Kampf ziehst, der der Schwäche des Gegners entspricht, kannst du den Widerstand des Gegners im Voraus reduzieren. Okay, hat das jetzt funktioniert oder nicht? Ich glaube nicht. Wurde vom Gegner anvisiert und wird zuerst angegriffen. Folge dem Fakt der Bewahrung und kann Verbündete schützen. Achso, das hat sie vorhin gemacht. Mit mir hier? Wie können wir es verlieren? Der Schild wird an der Außenseite der LP-Leiste angezeigt. Leider, die Figur Schaden wird die Schildmenge verbraucht. Töne das wieder! Du kannst nicht schlafen! Du musst manchmal versuchen, zuhören. Schau dir diesen wunderschönen Bewegung! Ich muss noch mal bei ihrer Ultimate. Okay, sie kann auch so kontern, wenn ich angegriffen werde. Ja gut, okay, das war ganz schön ordentlich Damage. Aber hier ist wieder so ein Ding, womit wir Okay, warte. Ne, wir sind wieder full life. Na dann. Ah, ich wusste es. Das ist kaputt. Aber es war nicht ich. Die Anti-Matter-Legion muss es verbraten. Schade, Donhung ist nicht hier. Er ist wie eine schlauchende Encyclopädie. Er weiß ein montón von komplizierten Sachen. Vielleicht sogar ein Elevator-Repair. Ich weiß nicht, dass das. Ich bin ein. Warum bist du hier? Und wie hast du hier vor uns gekommen? Okay, er hat sich uns auch angeschlossen. Jetzt haben wir jetzt dann wirklich schon drei Leute, die immer dran sind pro Zug, ja? Oder ne, warte, ne, vielleicht, oder sind es immer nur zwei. Wähle bis zu vier Figuren. Okay, ne, vier, sind es sogar vier. March, stay with the group. Don't rush off. Okay, sehr leid. Ich sollte mich, warte, kann ich mich selber hochstufen schon? Jo, Stufe vier. Mehr haben wir allerdings nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, Dankeschön fürs Einschalten und wir machen an der Stelle im nächsten Part von Honkai Star Rail weiter. Also haut rein, bis dahin und ciao.